Geh mir nicht auf die Zwiebel. Abwechslens gehen die einem einiges schneller. Fuck. Ja, das war's. Nein! So kurz vor dem Ziehen! Oh no! Ach du Scheiße, wie ärgerlich ist das denn? Oh mein Gott. Also es müssten 180 sein für Gold. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Oh! Oh! Sieben! Mmh, mmh, mmh. Gut, ich halte jetzt mal die Klappe. Das war zum Ende hin echt krass, ne? Aber wenn man bedenkt, ich hätte natürlich vorher die vier Leute getroffen, die nämlich durchgerannt sind oder die fünf oder keine Ahnung wie viel das waren, dann, äh, wäre ich auch schon einiges weiter gewesen. Oh, Alter, so kurz vor dem Ziel, das ist echt traurig. Entschuldigung. Vor meine Nase. Ich fummel mir die ganze Zeit hier bei diesem scheiß minispielenden Fressen. Und bei meinem Gesicht. Ah! Ich könnte es abreißen, weil es so juckt. Es ist auf jeden Fall Allergie. Allergie. Sagt man auch in Fachkreisen. Okay, da habe ich auch ein bisschen gepennt gerade. Ich habe mich durch mein Gesicht halt ablenken lassen. Zack, 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 zack. Okay. Hey, wir haben ja immerhin schon mal ein Viertel. Also, noch nicht malz. Gleich haben wir ein Viertel. Finde ich ein bisschen viel, um ehrlich zu sein. Also, weil es halt so nölig und langwierig ist, ne? Aber es ist halt wirklich ein Geduldsspiel. Ein Ausdauerspiel, ne? Dass man die ganze Zeit konzentriert bleibt. Ist auch eine Voraussetzung, das zu schaffen. Und weil das Schlimme ist, es ist eigentlich leicht genug, als dass man das so ein bisschen auch auf die leichte Schulter nehmen kann. Ne? Aber schwer genug, dass man genau das nicht tun sollte. Ja, schon. Haben die clever gemacht, die Schweine. Echt. So. Zack. Weg, weg. Ich will euch hier nicht sehen. Dauert auch gar nicht mal so lang, bis der erste Puff hier von... wenn man gerade so einen freigegeben wird. So, wir sind jetzt gerade schon in... Weiß ich, in vier Tagen oder so. Bis da, glaube ich, losgehen. Ich meine, der vierte März war das. So. Zack. Hup. 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 Ich gucke eigentlich weniger auf die Leute. Die habe ich nur so ein bisschen im peripherem Blickwinkel. Wenn ich einfach nur gucke, was erscheinen für Zeichen. Und wenn welche Reihenfolge. Weil das ist auch wichtig, offensichtlich. Da kann ich lieber dann, wenn da vier, drei kommt, lieber zweimal drei drücken. Dann kriege ich wenigstens den zweiten. Aber der Dreik zählt auf jeden Fall nicht. Und das ist ein bisschen blöd. Wenn die Leichen dann auch liegen und dann noch einen Stein fliegt, dann sieht man das relativ schlecht. Den ruhig eine andere Farbe nehmen können, als grün auf dem grünen Rasen. So ein Blau wäre ganz schön gewesen. Das ist ein richtig schön knelliges Blau. Das will wir aber wenigstens mal sehen. So. Zack. Okay, Silber haben wir zumindest schon mal freigeschaltet. Ist ja nicht verkehrt. So. Fup. Fieb. Das sieht aber jetzt erstmal gar nicht so kacke aus. Aber wobei es ist eigentlich schon ganz gut, wenn man auch guckt, wo die Leute herkommen. Weil da weiß man zumindest schon mal, wo das nächste Zeichen erscheinen wird. Also wo man jetzt wirklich erwarten darf. Ist schon nicht verkehrt. Ja, das sieht aber sehr gut jetzt aus, glaube ich, ne? Ja. So viel zum Thema. Kommt zwölf. Und elf, zehn, neun, acht, sieben. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und. Was? Warum nicht? Lauf damit. Nein, tu mir das nicht an. Kommt, dann 200. Na? 190 macht keinen Sinn. Dann 200. Alter, die haben doch echt Lack gesoffen, oder? Kann das sein? Sehr souverän, sehr souverän. Muss ich mal mal selbst loben. Ja. Okay. Okay, komm. Dann rennt alle durch. Komm. Alles kostenlos hier. Heidewitzker. Meine Güte. Okay. So. Dann. Ja, okay. Eine Stunde zwölf haben wir aufgenommen. Würde ich mich gerne nochmal dem nächsten Spiel einmal widmen. Was ist das denn? Okay, bei 300 schalten wir das nächste frei. Das letzte schon bei 500, okay. Also schon in Anführungsstrichen. Das erkenne ich jetzt gerade nicht, was das sein soll. Okay, ganz klar Herr der Ringe. Nein, ich muss mich bewegen. Oh, scheiße. Okay, ich darf schon steuern, dass man das gut. Weil der rennt automatisch von einem Leiter zu anderen. Und ich wette, ich muss die alle unten halten. Ja. Dafür darf keiner hochkommen. Also auf jeden Fall Herr der Ringe. Helmsklammer, glaube ich, ne? 50 müssen wir besiegen, okay. Und wie geht das? Die haben immer X, oder? Nein, haben sie nicht. Das ist okay. Das wird echt immer ein bisschen schwieriger, ne? Man muss jetzt laufen und drücken. Also man muss dann auch immer schön beim Richtigen sein. Ja. Ja. Das geht schon los. Aber 50, das dauert Ewigkeiten. Wie, wie ihr seid unterschiedlich schnell? Seid ihr doof oder was? Das ist nur eine kurze Frage. So. X. Okay, aber wenigstens, wenn sie oben sind, ne? Also ich muss die Schlaganimation nicht abwarten, ne? Nein! Super. Dann darf ich noch ein bisschen Energie von euch kriegen, oder schon? Komm, jetzt erst mal die 50er, bevor wir über... Alter! Das ist, das ist doch scheiße. Das ist ein Kackmini-Spiel. Das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Nee, nee. Das ist doof. Immer auf jeden Fall in der Mitte bleiben. Alter. Was ist denn da los? Holzaltweiber übrigens. Genau, da habe ich total verpennt, irgendwie. Wenn die Hälfte... Guck, wie will ich das mal wieder sagen? Wie will ich zeitlich haben? Ja, du brauchst dich gar nicht zu freuen. Du bist gleich tot. Wir schaffen das nicht. Ich warte auch mal zu lange, bis sie auf mich zukommen. Die soll direkt mit so einem Scheißzeichen hochkommen. Echt. Scheiße. Ja. Okay, das wird echt ein lustiges Spiel. Oh mein Gott. Alter. Ja klar, Neustart. Ja komm, gib Gesen. Die Reihenfolge scheint die gleiche zu sein. Das kann mir zumindest hier schon mal ein bisschen helfen. Ich will keine schnellen Gegner haben, ne? Könnt ihr vergessen. Nein, schon wieder falsch! Ja, das war genau das, was ich letztes Mal auch falsch hatte. Warum denke ich denn da immer mit dem X rechne ich? Weg. Ich krieg langsam Hunger. Ich hätt vielleicht vor, was essen sollen, ne? Wär clever gewesen. Sie sollen lieber echt direkt mit dem Kreuz oder mit dem 3 oder mit dem 4 oder mit dem Kreis soll sie hochkommen. Die Banner. Die Banner! Da, Alter. Was soll ich denn da machen? So krank. Braucht mal echt gute Reaktionen und Koordinationsvermögen. Da, guck dich, dass ich... Okay. Ihr wisst nicht, wann ich drücke, ne? Aber... Alter, ne. Alter, das ist echt schwer. Das ist richtig schwer. Man sieht es jetzt so spät und die können so schnell... Können sie... Äh... Mich dann übermannen. Das ist echt nicht easy. Das ist... Das Spiel, da muss ich auch mal die Fresse halten. Weil Multitasking ist jetzt hier... Für mich zumindest nicht lachbar. Aber ich drücke auch zu spät. Ich kann eigentlich drücken, sobald ich das Zeichen sehe. Das ist auch mein Fehler. Gerade bei den schnellen Spackus. So lustig, wenn die sich eben im Weg stehen würden. Mhm. Okay. Nein! Scheiße! Einer! Einer! Einer hat gefehlt! Einer! Oh! Pfff! Das machen wir nochmal. Nee, nee. Nochmal. Komm. Los. Was für ein Scheiß. Ich morg nicht mehr. Das ist alles hier viel zu gut. Das dauert auch so lang, das Spiel. Aber wie soll es jetzt auf Gold werden? Egal. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich habe die ersten beiden Spiele auf Gold geholt. Der Rest muss auch her. Oh no. Man muss sich da einfach nur reinfuchsen, die Scheiße. Ich habe so viele unnötige Energieverluste gerade gehabt. Jetzt darf ich kurz Pause machen. So, jetzt habe ich mich bis hierhin auch mit dem Perfect bestanden. Was schon mal sehr gut ist. Für mich zumindest natürlich, ne? So, weg mit dir. Einfach schon drücken, sobald ich die Zeichen sehe. Das ist das, was ich mir merken muss. Und vor allem die richtigen Zeichen drücken, ne? Nein! Ich habe es gerade noch gesagt. Zack. Zack. Ich finde es echt hoch, dass die unterschiedlich schnell sind. Gefällt mir nicht. Nein! Ich rate zu viel. Ich schätze nämlich, bevor ich sehe, weil ich denke, das könnte zu spät sein, sonst. Ich will die falschen Reaktionen haben, ey. Man schätzt ja immer so ein bisschen, was für eine Taste kommt. Und wenn die Finger da nicht draufhiel, ist es meistens schon zu spät. Komm, Baby. Zwölf. Das schaffen wir. Vielleicht. Ich finde es dumm, dass die dann ihr Tempo ändern, ne? Scheiße! Ja, okay. Es lag jetzt daran, dass ich nicht da war. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es früh genug gedrückt, um ehrlich zu sein. Okay, einen noch. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Alter, auf Gold. Aber der ist tief. Ja, es war hart, war das. Ein Aufwärtshaken kann ich jetzt machen, okay. Ah, okay. Nicht verkehrt. Es ist nicht sehr Gimli-artig, aber ist ja egal. Boah. Boah, Scheiße. Okay, drei Minuten spielst du danach noch. Komm, ab dafür. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das werde ich jetzt heute wahrscheinlich nicht schaffen. Ich will versuchen, wenigstens selber zu kriegen. Ich weiß noch nicht wie. Weil das, das ist echt anstrengend, das Spiel. Das Braveheart war, gut, Konzentration, Ausdauer in Ordnung. Aber hier, Koordination, Geschwindigkeit, Reflexe und Konzentration. Da gucke ich das an. Wie viel Zeit habe ich, um den zu schlagen, ne? Halbe Sekunde vielleicht? Es wäre nett, wenn die mir wenigstens so ein bisschen... Scheiße. ...Energie zurückgeben würden dann vorhin. So ein Blöckchen oder so, ne? Das ist ja echt schwer. Weg mit dir. Weg mit dir. Warum kann ich nicht Legolas haben? Und ich war einfach aus der Ferne behagen. 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 Boah, bitte. Ich hoffe nur, dass ich einfach nur jeweils zehn mehr machen muss. Oder so, das wird voll schön. Geist. X. Und... 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 X. X. Vier. Vier. Dreieck. X. Kreis. Vier. Okay. Ja, so bleibt uns das in Ordnung. Echt. Bleibt nicht so. Vier. Oh, scheiße. Ja, sowas meine ich, ne? Andere Ecke. Nicht mit gerechnet. Mies ist das. Dumm ist es. Kreis. Ja, okay. X. X. Dreieck. 50 haben wir gleich schon mal. Anstrengend. Echt anstrengend. Wobei, wenn man Hunger hat. So. Bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Ist für euch wahrscheinlich mega langweilig. Aber ich kack mir gerade ins Höschen. Falls es euch beruhigt. Falls es Informationen sind, ist, die ihr haben wollt. Sind, ist, tun. Machen. Sprachzentrum ist auf jeden Fall gerade, äh, sekundär in meinem Gehirn vertreten. Wie man vielleicht merkt. Nein! Überdrücke ich den Viereckig, Spacko. Was ist los mit mir? So ein bisschen Energie zurück. Hm? Kommt, 75 ist Silber. Bitte. Ich krieg die schnell nicht. Ich krieg sie wirklich nicht. Ich kann machen, was ich will. Scheiße! Ha! Komm, nee. Das bringt heute nichts. Ich hab Hunger. Okay, aber da haben wir doch schon mal für das nächste Mal eine schöne Aufgabe, die wir machen können. Ich werde mir nächstes Mal erstmal wahrscheinlich ein bisschen akklimatisieren müssen. Komm, wach auf, du vollstück. Weil, äh, na, jetzt bin ich halt ein bisschen drin. Aber okay, dann werden wir das auf jeden Fall das nächste Mal zuerst machen. Ich will hier die verschissene Goldmedaille haben. Ist mir scheißegal, ob es eine komplette Aufnahme dauert, ob es zwei Aufnahmen dauert. Ich will sie haben. Und danach hab ich ein gutes Gefühl. Gut. Aber, das war's jetzt auf jeden Fall erstmal für heute. Ich will jetzt erstmal speichern. Was sagt der Fortschritt? Ja, 32 Prozent. Immerhin. Ein Drittel haben wir schon mal. Gut. Ja, ähm, wir haben heute immerhin ein Level geschafft. Wir haben einen Boss besiegt. Wir haben in der Stadt, glaub ich, auch ein paar Ops, glaub ich, gesammelt, mein ich, ne? Jaja, genau. Und, äh, haben sogar ein Minispiel geschafft. Aufgeholten. Das zweite Nummer nicht. Dafür haben wir jetzt mehr Leben und diesen tollen Move. Nein. Entschuldigung. Diesen tollen Move. Diesen tollen Move, hab ich gesagt. So. Gut. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch heute gefallen. Ähm. Ja, aber nächstes Mal machen wir genau hier weiter. Äh, versuchen unseren Glück dann nochmal bei Helmsklamm, wenn das so heißt, äh, auf Gold zu machen. Und werden dann im Anschluss danach nochmal auf Betsy steigen, um dann dieses, das Windteil war es, glaub ich, ne? Ich will sein Gesicht dabei sehen. Okay, der guckt böse. Äh, ja, das Windteil zu machen. Und, ja, mal sehen. Das, das lief zumindest ja letztes Mal ganz gut. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Jut. Also, ne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.